Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hallo Krypto. Diesmal melde ich mich zum Thema Altcoins. Wir müssen unbedingt mal widersprechen, denn dort tut sich einiges und im Vordergrund sieht es ganz anders aus. Langweilig, dröge Kurse runter oder seitwärts, aber der Gegenteil ist der Fall und darüber soll dieses Video gehen, was sich da für eine spannende Situation aufbaut. Das zeige ich euch heute anhand von spannenden Marktdaten, von einigen News und wir gucken ganz konkret auf die Charts von Solana, von Aave, von Cass und von Arjus. Deshalb bleibt bis zum Ende dran, keine Finanzberatung wie immer und jetzt geht es mal los mit der aktuellen Marktlage in der Wirtschaft. Ja, wie gesagt, es ist heute ein Krypto- und Altcoin-Video, was sich um das Thema kümmert, ist diese Langeweile, die wir da erleben, eigentlich eine Täuschung und wir fangen aber mal an mit der Wirtschaft, weil von da kommen Impulse her. Zuletzt neue Daten aus den USA, US Surprise Index, Economic Surprise Index, auf niedrigstem Stand seit 2021. Das zeigt überrascht nicht mehr nach oben, sondern eher nach unten. Die Daten, die rauskommen, das deutet an, dass die Wirtschaft schlechter wird und das erhöht die Chancen, dass die FED im September die Zinsen senkt. Das könnte natürlich ein wesentlicher Push für Krypto sein. Während ich dieses Video hier mache, sind die FED-Mitglieder in Jackson Hole ihrer jährlichen Sitzung und da erwarten natürlich alle jetzt große Aussagen. Die Hoffnung ist, dass es einen 0,5-Zinsschritt geben wird. Es wird aber wahrscheinlich eher ein kleiner Zinsschritt sein, aber jeder geht in die richtige Richtung und das würde schon mal helfen. Gucken wir also auf den Bitcoin-Chart. Der ist in den letzten Wochen nicht besonders spannend. Bietet sich immer das gleiche Muster ab. Wir kriegen einen kurzen Pump und dann geht es wieder zurück. Das ist alles getrieben von vor allen Dingen Futures, also von gehebelten Positionen, die dann nicht lange halten und man sieht einen Bart Simpson nach dem anderen. Und was wir jetzt gerade erleben, während ich das Video aufnehme, ihr seht, das Volumen ist auch nicht allzu hoch, aber ist das der nächste Bart Simpson? Ich vermute mal fast, dass sich das noch eine Weile hinzieht. Gucken wir also lieber auf das Big Picture nochmal bzw. auf mittelgroße Picture. Hier zoomen wir mal raus und sehen jetzt diesen Abwärts-Channel, den wir halten. Und solange Bitcoin zwischen den beiden hier markierten Bereichen bleibt, ist das eigentlich alles in Ordnung. Da oben seht ihr mit dem gelben und dem roten den 50er bzw. 200er-Tage-Durchschnitt. Das ist natürlich bisher ein Widerstand gewesen in den letzten Tagen. Sollten wir da oben durchgehen, haben wir eine andere Situation, dann wird es bullischer. Halt die Situation eine andere Auflösung, wenn wir unter die 57.500 gehen? Ja, wahrscheinlich. Dann könnte es passieren, dass wir nochmal an die untere Kanalbegrenzung laufen oder vielleicht sogar ein neues Tief setzen. Aber solange wir hier, um den ganzen Bullenmarkt nochmal einen Blick zu haben, über dem 50er Fibonacci bleiben, das trennt nämlich Bullenkontrolle vs. Bärenkontrolle, also die 44.544 nicht nach unten reißen, ist der Chart grundsätzlich intakt und dann kann noch alles kommen. Und dass da was kommen wird, ist wahrscheinlich. Und jetzt gucken wir auf die Altcoins, denn da haben viele gelitten und viele haben die schon abgeschrieben. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. So, gucken wir also auf die Altcoins und wie ich schon mal sagte, die Nacht ist am dunkelsten vor dem ersten Sonnenstrahl. So scheint das auch bei den Altcoins zu sein. Natürlich gibt es weiter Bedrohungen. Ja, es gibt diese Gerüchte, dass vielleicht Gary Gensler, der kryptofeindliche SEC-Chef, unter einer potenziellen Präsidentin Harris zum Finanzminister gemacht wird. Das wäre natürlich übel, aber es ist nur ein Gerücht. Und wenn man jetzt mal diese Störgeräusche ausblendet, gibt es sehr, sehr viele interessante Informationen und News, die für Krypto ganz spannend sind. Ich meine, es ist tatsächlich so, wir wissen nicht, ist Harris schlecht für Kryptowahrscheinlich, ist Trump besser für Kryptowahrscheinlich, ja. Aber am Ende wird es das nicht alleine sein. Wir werden sehen, was da rauskommt. Ich denke, auch die Demokraten wollen sich zumindest im Wahlkampf nicht mit der großen Masse von Kryptohaltern verderben. Gucken wir also mal lieber auf die Informationen, die so spannend sind und die wir in realen Zahlen messen können. Und da ist der Speculation Index ein sehr interessanter. Der zeigt nämlich an, wie schwach die Altcoins inzwischen sind und wie wenig nachgefragt sie sind. Wenn wir das sehen, ist es der schwächste Punkt, seit wir in Mitte 22 waren. Das ist hier, wir haben das letzte Mal 21, so eine Schwäche gesehen, dann hier Mitte 22. Und jetzt sind wir wieder auf solchen Niveaus. Das ist natürlich schon ganz schön erheblich. Und das heißt, dass wenn es einen guten Moment gibt, Altcoins zu kaufen, denn jetzt, also die Schwäche ist schon ausschlaggebend. Gleichzeitig gibt es nämlich auch sehr, sehr starke News im Hintergrund. Und eine, die richtig spannend ist, ist die Adaption von Krypto durch Apple und Circle in Kooperation. Das heißt, diese Tap-to-Pay-Funktion, bald kann man also in der Realwirtschaft mit dem iPhone USDC, also Stablecoins ausgeben. Das ist riesig. Und fast gleichzeitig kam noch eine Riesennachricht, nämlich, dass MetaMask und Mastercard zusammengehen und eine Debitkarte rausbringen wollen, womit man sein Krypto aus der MetaMask Wallet in der Realwirtschaft ausgeben kann. Das sind doch genau die Dinge, die wir wollen. Damit wird Krypto zugänglicher, verwendbarer. Und das sind Riesensachen, die in der Real-World-Adaption gebraucht werden. Ein Megastep für die Integration von Krypto. Aber das wirkt sich natürlich nicht sofort auf die Kurse aus. Lasst uns nun auf ein paar aktuelle Marktdaten gucken, die richtig spannend sind und die uns auch eine Indikation dafür sein können. Das heißt, einen Hinweis darauf geben, was in Kürze passieren wird im Markt. Und bei vielen Altcoins dürfte das zu wieder steigenden Kursen führen. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Also das ist jetzt natürlich genau die Frage, woher können steigende Kurse kommen. Und hier ist ein ganz wichtiger Indikator, der uns zeigt, dass das Stablecoin-Marketcap wieder ansteigt. Wir sind also auf Jahreshoch und ihr seht, obwohl Bitcoin, das ist hier der entsprechende Preis von Bitcoin in der weißen Linie, nach unten zeigt. Das ist das, was wir uns auch gerade im Chart angeguckt haben. Diese Flagge, die so leicht nach unten läuft, steigt das Marketcap der Stables. Es hat sich eine Weile ausgeruht, geht jetzt aber wieder hoch und das heißt, da ist trockenes Pulver vorhanden. Und da kann ganz schnell wieder richtig Masse in den Markt kommen und dann natürlich auch die Preise bewegen. Gleichzeitig sehen wir, dass auch auf Chains weiterhin viel passiert. Hier zum Beispiel auf der Base Chain, ja, da haben wir ein neues All-Time-High bei aktiven Adressen. Das zeigt sich nur, wenn eben Chains benutzt werden. Da ist was los. Und auch in einem anderen wichtigen Bereich, nämlich DeFi bei Aave, einem Protokoll, gucken wir nachher auch gleich noch auf den Chart. Da sehen wir ein All-Time-High, also nicht nur für diesen Cycle, sondern wirklich für alle Zeiten bei Borrowers und Depositors. Also Leute, die Geld zur Verfügung stellen, beziehungsweise die sich Geld in Kryptoform ausleihen. Und diese Form von DeFi ist natürlich super und es kann durchaus sein, dass hier eben auch schon die Smart Money Leute entsprechend sich positionieren. Das werden wir auch gleich im Chart sehen von Aave, weil natürlich ist das ganze DeFi-Narrativ wieder viel spannender, wenn es sinkende Zinsen gibt und wieder mehr Geld in den Markt kommt. Also das ist eine richtig spannende Entwicklung. Und wir sehen auch hier, wie es Mustache auf Twitter gegeben hat beim Altcoin Market Cap hier. Allerdings ohne die Top Ten Coins, also das ist eher die kleineren, mittleren Coins zusammengefasst, sehen wir einen Downtrend. Und wir haben so einen nach unten gerichteten, fallenden Keil, so einen Falling Wedge, wie es auf Englisch heißt. Und diese Formation löst sich ganz oft auf durch einen Ausbruch nach oben. Und außerdem sind wir auch an so einer Trendlinie, die hier auch zu sehen ist. Hertha's Markier 2020, 2023 und jetzt wieder. Das heißt, super spannender Punkt. Und er erwartet eben hier einen sehr, sehr baldigen Ausbruch nach oben und eine Renaissance der Altcoins. Es wird aus meiner Sicht nicht alle Altcoins betreffen, aber einige. Und wir gucken gleich mal auf die Charts. So, bevor wir gleich auf die Altcoin Charts gucken, hier nochmal der Hinweis auf TradingView. Das ist das Werkzeug, mit dem wir immer arbeiten. Und unheimlich wichtig für alle Trader, für Leute, die in Markt verstehen, unheimlich gutes Werkzeug. Ihr könnt das auch für euch nutzen, für sehr, sehr kleines Geld. Und damit könnt ihr, wenn ihr das über unseren Link hier in der Beschreibung macht, auch unseren Kanal unterstützen. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die extrem hilfreich ist und die würde uns auch entsprechend weiterbringen und dafür sorgen, dass wir diesen kostenfreien Content weiter machen und bereitstellen können. Ja, Freunde, und jetzt sind wir hier bei besagten Altcoins Charts. Wir fangen mal an mit Solana, einem der wichtigsten Altcoins. Und wir sehen, der hat in den letzten Wochen und Tagen auch eine Reise ähnlich wie der Gesamtmarkt hinter sich. Es ging hoch. Dann gab es den großen Abverkauf mit einem T4, wo er unter die 110 Dollar mal kurz gedippt ist, aber ganz schnell wieder hoch. Und wichtig ist, wir haben das hier mal markiert mit diesen Fibonaccis. Er ist gerade im Kampf um den 50er. Er ist also immer noch in der Bullenkontrolle, aber unter dem hier in Rot zu sehenden 200-Tage-Durchschnitt. Und da spielt sich aktuell so der Kampf ab. Es kann sein, dass eben, wenn er neue Stärke aufbaut, sich in der nächsten Zeit die Entwicklung wieder nach oben ausbaut und er idealerweise hier dieses Zwischenhoch rausnimmt. Das würde dann eben einen Pump hier über die 170 bedeuten. Oder Alternativ-Szenario natürlich. Es kann sein, dass er hier den 50er, dass er den als Unterstützung ein paar Mal braucht und dann vielleicht ihn verliert. Dann könnte er aber auf den 61,8er zurückfallen. Das war auch hier im Jahr der Tagesschluss. Also auch sehr relevant. Ich glaube, nach wie vor sieht das Chartbild insgesamt gut aus. Und wir werden bei Solana in diesem Bullenmarkt noch positive Überraschungen sehen. Also in Summe ein guter Moment. Sollte er nochmal runtertippen hier beim 61,8er, könnte man sich positionieren und vielleicht was aufsammeln. Für ganz wilde Abstauber hier auch den 78,6er, also bei 120 oder bei 129 oder besser 130 Dollar könnte man sich positionieren für Abstauberkurse. Achtung, keine Finanzberatung. Gucken wir auf einen Coin. Vorhin schon angesprochen. Macht gerade für Ohre. Das ist Aave. Der ist ganz spannend, weil da ist plötzlich aus einer langen Seitplatzbewegung, ihr seht, die ist auch durch diese beiden Linien hier markiert, ist er hin und her gependelt. Und dann plötzlich haben wir einen wilden Ausbruch, der auch dazu führt, dass er hier im stochastischen RSI jetzt schon extrem bullisch ist, extrem überkauft. Und er wird mit Sicherheit auch ein bisschen korrigieren. Ihr seht, hier oben ist so ein kleiner Wig schon drin. Den kann ich hier mal markieren. Da ist er erstmal oben abgeprallt. Und wir können von ausgehen, dass er sicherlich seine Reise nicht in einer Linie fortsetzt. Aber woran liegt das? Ich sagte ja schon, sehr gute Daten, dieses Protokoll wird genutzt und das zeigt auch, dass bei Krypto was passiert. Und das merken natürlich viele clevere Leute, die sagen sich, ja Aave ist ein Coin mit Zukunft. Der hat einen Case, der funktioniert, der generiert Revenues. Und da ist ja auch das Gerücht, dass er die ähnlich wie das Uniswap vorhat, auch teilen möchte mit den Coinhaltern, quasi wie so eine Dividende. Das wäre natürlich stark. Für den nächsten Moment, glaube ich, ist es klug abzuwarten, weil der dürfte sicherlich ein Stück runterkommen. So dieser Move hierhin ist vielleicht einer, auf den man hoffen kann, weil wir können sehen, es gibt hier aus der Vergangenheit eine wichtige Linie. Da ist er mehrfach abgeprallt. Ja, das ist ein Widerstand gewesen. Der kann jetzt zur Unterstützung werden. Das heißt, hier sind Rücksätze auf so die 130 bis 129. Den würde ich abwarten. Wenn ich an Aave interessiert wäre, da könnte man möglicherweise noch ein paar aufsammeln. Denn ansonsten sieht das gut aus und sollte wirklich die Nachricht kommen, dass Aave die Revenues teilt mit Coinhaltern, dann ist das richtig stark. Und dann wird dieser Coin sicherlich noch viel mehr pumpen. Gucken wir auf ein anderes Narrativ. AI hat lange stark ausgesehen. Hier iOS, ein kleinerer AI-Coin, der aber trotzdem in einer sehr guten Lauer-Position ist. Und ja, der hat eben entsprechend jetzt auch wie alle dieser AI-Coins auch abgegeben. Wir sehen hier diesen Downtrend, den er denn entsprechend hier mehrfach nicht brechen konnte. Dann ist er gebrauchen, hat ihn hier wunderbar retestet. Das war genau zum Zeitpunkt, als wir hier diesen starken Abverkauf gesehen haben, wo auch Bitcoin sein aktuelles Swing-Low gemacht hat. Wir haben bei iOS eben jetzt eine gute Erholung. Und auch da können wir von ausgehen, dass sich in der nächsten Zeit was tut. Weil wir wollen hier mal einfach mal die Bollinger-Bänder reinnehmen. Und da seht ihr, immer wenn es ganz eng war, dann zack, Ausbruch. Oder hier ganz eng, zack, Ausbruch nach unten in dem Fall. Wir sind jetzt wieder dabei, ziehen sich wieder zusammen. Und das ist immer ein Zeichen, dass dann was passiert. Ich schalte die wieder raus. Wir sehen auch, wenn wir das Volumen nochmal reinnehmen. Das ist sehr, sehr klein. Aktuell wenig los, aber auch hier eine interessante Position, um sich eben ein paar Stücke einzusammeln. Wenn man ein Abstauber-Limit setzen möchte, dann wäre das hier, da wo auch dieser Dip hinging, auf die etwa 33, 34 Cent. Vielleicht geht er nicht ganz so tief. Vielleicht reicht es auch nur hier auf die 36 Cent. Das ist ein tolles Abstauber-Limit. Und dann glaube ich aber, wenn er hier diese horizontale Linie weiterhält, dass er dann danach auch in Kürze hochgehen wird. Und dann haben wir hier nochmal sehr, sehr spannende Einkaufskurse. Der letzte Coin, auf den wir gucken wollen, das ist Casper. Und der hat lange eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Und das tut er immer noch. Wenn wir jetzt mal rauszoomen, sehen wir, wir haben hier ein High, ein Higher Low. Dann haben wir ein Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low. So, also die Struktur ist komplett intakt. Der ist auch über seinem 200-Tage-Durchschnitt. Und wir können nochmal mit Hilfe der Fibonacci gucken, wo ist er denn jetzt vom letzten entsprechenden Anstieg bis zum letzten Hoch. Wo ist er denn jetzt? Und da sehen wir, aha, er hat gerade hier den wichtigen 50er. Ja, als Unterstützung hat er immer wieder drum gekämpft, hält den gerade so. Aber das ist super, weil das heißt, dass er auch, obwohl er diese lange Aufwärtstrendlinie erstmal unterschritten hat, dass er immer noch in bullisch kontrollierten Terrain ist. Und deshalb sehe ich auch für Casper weiter gute Zukunft. Und der dürfte mit einem nächsten Push wahrscheinlich auch nochmal in den Bereich kommen, dieser Aufwärtstrendlinie. Dann ist er nämlich hier, das ist sein aktuelles All-Time-High, in der Lage auch wieder zurückzugehen, ein neues zu bilden. Das könnte relativ schnell passieren. Dieser Coin macht starke Moves. Und deshalb, wer sich für den interessiert, aktuell auch ein Bereich, wo man aufsammeln kann. Und wenn man das noch ein bisschen vergrößert, zeige ich euch auch gern noch, wie wir hier auch so eine Andeutung einer sich zusammenlaufenden Dreiecksformation sehen. Und da ist dann oft eine Entscheidung, das heißt, er kann hier noch ein bisschen pendeln, aber dann ist entweder ein Ausbruch, dass er nochmal den 50er testet und dann hochgeht. Oder andere Variante wäre, er pendelt, geht direkt hoch und versucht dann eben entsprechend schnell auf sein neues All-Time-High zu kommen. Wenn ich mir den Indikator hier angucke, das ist der stochastische RSI, der gerade bärisch cross hier oben auch relativ weit oben war, dann kann es eher sein, dass die erste Variante kommt. Aber ich würde mich da nicht von verunsichern lassen, solange er über dem 200-Tage-Durchschnitt handelt, sieht das super aus. Und es ist unwahrscheinlich, dass er dieses Low von hier unten jetzt in Kürze rausnimmt. Das heißt, wenn er auch wirklich hier runtergehen sollte, macht er vielleicht hier irgendwo in dem Bereich, wenn er kurz runterdippt, macht er ein neues Higher Low und dann, was kommt, ein neues Higher High. Das wäre zumindest eine Variante, mit der ich mich gut anfreunden könnte. Macht immer euren eigenen Research, das ist keine Finanzberatung, wie ihr wisst. Ja, Freunde, das war es für dieses Mal mit Hallo Krypto. Ich glaube, wir haben gesehen, es tut sich viel, Charts sind an interessanten Punkten und ich glaube, langsam überwiegt wieder das Thema, Chancen sind größer als Risiken. Ich hoffe, ich konnte euch das diesmal verdeutlichen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal, dass ihr keine Updates mehr verpasst. Bis dahin sage ich, trade immer safe und bleibt der Blockchain-Toy. Bis dahin sage ich, trade immer weiter.